willkommen zurück zu einer neuen folge so wir sind ja jetzt muss ich mal überlegen was machen wir denn als nächstes wir haben jetzt den zweiten boss besiegt wir haben unser angeschick auf max level das bedeutet wir können er ist noch am tortebacken das dauert ja immer eine ganze weile dich haben wir jetzt auch gebaut das ist sehr gut wir könnten nachgucken technologie und zwar das nächste müssen wir noch mal gucken hier würde fast sagen wir bauen jetzt erst mal dich so das wären diese handschuhe hier wie sieht es mit unseren eiern aus die sind alle fertig schauen wir doch mal was wir da drin haben kennen war okay natürlich wer hätte gedacht gut dann haben wir hier alle gewöhnliche eier ja wir haben noch was in der tasche dann sollten wir das mal kurz ausortieren medizin war wo hat man medizin reingesteckt ihr nutt war medizin hier na so von denen kommt nur noch das hier rein ja dann haben wir nein da ich und dich das kommt wieso woanders hin das kommt in unseren essens vorrat mit rein also torten dauern lange sehr lange so wie sieht es hier aus ist was mir das pause war dann haben wir ja hier noch mal fleisch hier können wir noch mal data max wollte ich haben so okay dann sind wir da durch eine seele haben wir dann noch hier ach die holen schon wieder das holz von da hinten ist ja kein wunder ja so dann gucken wir noch mal was wir jetzt haben kannst du mir das mal geben danke so das kommt da hinten hin ja wenn ich umbauen könnte würde ich es tatsächlich machen dann würde ich den container irgendwie nach hier ziehen ähm ja doch ja so was ist denn los mein guter alle klar bei dir äh achso jetzt schon wieder bewässern ja gut ist in Ordnung so steine wie sieht es denn hier aus wir machen mal so hier dann wissen wir das seit vorne wird ja eher abgearbeitet haben wir noch steinkohle hatten wir ja auch noch ne okay so denn ich würde glatt noch die steinkohle wegballern und dann gehen wir los ähm obwohl ne wir machen was anderes vorher hab ich mir ja schon so überlegt so wir sind ja jetzt hier bei ihm das bedeutet wir könnten minderwertige Munition weiß nicht was wir für da brauchen wir Metallbahnen die haben wir natürlich gerade nicht ähm dann holen wir uns den Schreibtisch noch so und dann gehen wir los ähm wo forschen wir als nächstes wir sollten hier weiter im Norden gehen ich hätte gesagt von hier erstmal hier rechts rüber das gute ist wir brauchen keine Live-Statuen also wir können jetzt einfach gemütlich erforschen wenn wir eine Statue unterwegs finden nehmen wir sie mit aber es ist kein Zwang wir können auch gucken ob wir hier rein können ja davon bräuchte ich theoretisch ja auch welche oh nö oder ist das ein schlechter Scherz äh da bitteschön ich muss noch ein bisschen gucken wegen Steinkohle ob wir hier noch was immer haben immer mal wieder da brauche Arbeit da brauche Arbeit da ist noch irgendwo Steinkohle wir wollten nur mal gucken ob der Boss hier noch da ist warum haben wir den gerade erst gemacht möglich ist es äh komm mal her die Statue da waren wir okay so jetzt müssen wir mal gucken genau in die Richtung also nach da drüben müssen wir ähm dann so steinkohle da ist ne King okay wir bräuchten halt mehr von den Kleinen von denen da die sind aber schwer zu bekommen wenn die sich immer selbst in die Loft jagen wow hier wird schon wieder kräftig geballert ähm oh der hat neue Attacke andere Attacken oder er hat nicht mehr ähm schießt sie aufeinander oder wie die huh wir gut wir gut sehr merkwürdig da war theoretisch noch eine Statue ach kommt Leute ich hab euch nicht getan hört auf mir was zu tun hier waren wir wir müssen weiter in diese Richtung warum haben wir da eigentlich wir sind doch da wir sind komplett in die falsche Richtung geflogen what the hell sorry my fail so ok ja hier wäre wahrscheinlich wieder zumindest so eine art das problem ist jetzt im dunkeln sehe ich natürlich nicht die steinkohle vorkommen wie das hier das müssten tatsächlich alle steinkohle vorkommen sein wenn das der fall ist tatsächlich danach aussieht markieren wir uns das dann haben wir zumindest mal den standort in ordentlichen wo wir nicht nur ein vorkommen haben sondern gleich drei vorkommen oder vier sehr mehr sogar fünf vorkommen oh das ist gut aber ich habe das gefühl dass die neuen angriffe nicht so schön sind die unser neid hat oh man das hat fertig immer noch nicht ans nachvollziehen können warum verlieren die ihre attacken und da lernen neue aufgrund welcher basis auch okay jetzt sind wir zu voll um du mal her wir machen jetzt hier da müssen wir einen standort markieren und erst mal zurück die sache abgeben und wiederkommen was heißt denn b bau für new baum wird mir das das ist neu oder also ja es steht nur da muss man gleich mal gucken wenn wir erstmal wenn wir in unserem stützpunkt sind vorher lohnt sich das nicht den honig haben in den verkehrsten mitzunehmen wobei ich auch bei der honig produktion wirklich gerade am überlegen bin ob wir die tatsächlich so lassen steinkohle hatten wir dann gibt was machst du denn da guck mal her muss auf die rauf was machst du denn das ist ja geil da pennt er da oben drauf ich glaube ich werde noch mal ich werde glaube ich bei den nächsten level im gewicht hoch machen so wie es ist ähm ähm du kommst da rein du kommst da rein du kommst woanders rein so 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 und nee du nicht du okay okay gut was haben wir denn da bekommen also das konnten wir verkaufen genau so warst du denn hier fertig ja die hände sind fertig dann können wir die nächste technologie uns anschauen mhm hier für ihn hier noch ein sattel dafür bräuchten wir normale metall barren wir bräuchten erstmal allgemein normale metall barren ne holen wir uns nochmal von drüben mhm 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 Möbel, deswegen macht er hier. Eine dekorative... Ja, schön für dich. Ja, wir haben hier so ein bisschen was Dekoratives, aber... Das ist kein Bausimulator. Muss man einfach mal dazu sagen. Bauen ist hier Nebensache. Welche Level seid ihr eigentlich? Müssen wir auch mal nachgucken wieder, ne? Na, 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 na. So. Okay. 100. Können wir trotzdem noch weiter reiten? Ne, nicht wirklich. Wie sieht's jetzt aus? Das auch nicht. Das sieht alle doof aus. Okay, das geht gerade so noch. So. Du da rein. Du da rein. Deswegen, drüben machen wir die Barren. Hier machen wir das. Das sollte passen. Wie sieht's mit unseren Wehren aus? Ist okay. Ähm, die Eier sind bestimmt schon wieder fertig, ja. Sehr schön. Was haben wir denn da Schönes? Okay. Oh, den brauchen wir sogar. Stimmt, wir müssen mal kurz sortieren, wie viel wir davon jetzt haben. Okay, ein Lama. Bin ich mir nicht sicher, ob wir das noch gebrauchen können. Noch ein. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. Und nen Togo. Den brauchen wir nicht so. Dann gucken wir kurz mal. Oh, können wir nicht, wenn so lange war. Hör auf. Was ist das denn? Du hast auch schon wieder was Neues gelernt. Okay. Interessant. So, davon brauchen wir einige. Ähm, da. Das sind 6, 12, 1, 2, 3, doch, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, das reicht sogar aus, ne? Oh. Hatten wir eigentlich einen zugeordnet hier? Das weiß ich jetzt ja nicht, ob wir noch einen so zugeordnet haben. Müsste ich höchstens mal gucken, an welcher Position er ist. Ähm. Hinter unserem Hör. Da weiß ich, sollten wir einen haben. Also hier. Haben wir keinen zugeordnet. Wir könnten noch einen zuordnen. Wir haben einen zu viel. Fleißig. Was machst denn du? Achso, du machst nur Blümchen. Nee. Dann weg. So, was hat unserer? Fällt mir grad so ein. Ähm. Ja, unser ist ein Workaholic. Theoretisch wäre natürlich irgendwie was mit Angriff schon schön, aber... Ja. Wir haben unseren Workaholic. Den bringen wir hoch. Äh, ihn hier. Boom. Das bedeutet, er ist jetzt auf Stufe 2. Stufe 3. Also wie... Ja, wir werden ihn wahrscheinlich auch auf Stufe 3 hochbringen. Genauso wie ihn hier. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Machen wir mal einen Abstecher zu ihm. Brauchen wir also nicht. Wir haben davon vier Stück. Ähm. Da wir mit dem nicht kämpfen. Können wir hochpacken. Bin am überlegen. Er ist 38. Er ist 38. Er ist isoliert. Isolierung. Wir können die beiden mal... Oh. Ah, hier hab ich aber schon investiert. Nee, dann bringt mir das nichts. Dann kommst du nach da. Äffchen kommt weg. Du, dich brauche ich noch zum Hochbringen. Das weiß ich. Weil wir haben erst einen auf... der Stufe. Aber theoretisch können wir jetzt so wirklich anfangen. Nach und nach. So, was haben wir hier? Eine Brigante. Haben wir die hier irgendwo noch zugeordnet? Ähm. Ähm. Nein. Sieht nicht danach aus. Du bist aber die, die ich theoretisch brauche für Honig, ne? Doch, hier. Ach nee, das ist die Königin. Ja, gut, dann... müssen wir dich auch noch zuordnen. Dich brauchen wir nicht. Davon haben wir... genug. Ähm. Ihn müssen wir noch richtig zuordnen. Ähm. Er war... Nee. Oh, jetzt muss ich genau gucken. Hier. Vor den Kälpies. Vor den Kälpies war der. Der ist uns nämlich bisher immer durch die Lappen gegangen. So. macht auch nur Holz. Also... Du kannst auf wie alle Fälle weg. Du kannst weg. Bei dem bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Okay. Anscheinend schon. So. Erstmal weg. Hatten wir dich schon hochgebracht? Anscheinend schon. Ähm. Dann kommst du weg. Du natürlich. Und du. So, Lama. Lama hatten wir noch. Das habe ich gesehen. Hier. Und ich glaube, Katze hatten wir auch noch. Da. Leute, wir können uns jetzt nicht... Wir holen uns jetzt Black Kitty. Auf die erste Seite. Wir holen uns... Oh, warte mal. Da ist... Oh. Doch noch nicht. Fertig. Tatsächlich. Dann holen wir uns... Ihn her. Auch auf die erste Seite. Und machen erstmal die beiden hoch. So, und das bedeutet dich. So. Und die Black Kitty. Schatzsuche. Die geben irgendwelche... Hm. Da frage ich mich wirklich gerade... Was bringen... Was die mir geben. Das ist interessant. So, Black Kitty war da. Und du warst hier. Da wäre sogar die Überlegung, ob wir nicht zwei von den schwarzen Katzen... Wenn wir nochmal eine bekommen, behalten. Weil Kühe haben wir zwei. Sprich, wir könnten eigentlich einmal... Schubsen. Weil auch du bringst Schatzsuche. Oder ich setze die beiden ein. Das wäre natürlich auch eine Variante. Ähm. So. Was haben wir denn noch? Also euch. Haben wir euch schon mal irgendwo zugeordnet? Dich haben wir zugeordnet? Ja. Und du bist auch schon auf Stufe 1. Dich behalten? Ja, okay. Dann würde ich vorschlagen, euch... Können wir auch wegmachen. Elisabeth müssen wir allerdings behalten. Weil die würde ich noch hochbringen. Okay. Dann können die tatsächlich jetzt weg. Klingt grausam. Aber... Ne. Mal gucken. Da ist das kleine Dorf. Aber die Pürze, die wir erstmal nicht brauchen... Also farmen können wir ja sowieso. Ohne Ende, ne? Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Wenn es sein muss, können wir noch farmen ohne Ende. Und... Ja. Verkaufen. Die sind alle nur einfach... Also dadurch, dass wir natürlich auch ausbrüten... Sollte das ja einigermaßen Geld bringen. So. Äh... Nicht wirklich. Gerade. Wo wir den Hirsch... Ah... Oder also... Also unseren hier... Ja. Die Dreher... Ich hab keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber den müssten wir eigentlich auch noch hochbringen. So. Wir gehen erstmal wieder zu unserem... Klopfstandort. Ohne noch. Ohne noch. Äh... Ohne da hinten. Oh, der ist ein Witz, oder? Ja, ich brauch euch eigentlich. Hm. Okay. Hier wird nicht in die Luft gehangen. Du wirst hier fangen. Edgy, badgy. So. Komm her. So. Da. Weil da... Die würde ich ja gerne... Wenn die Honig... Die produzieren ja Honig. Wobei ich da auch gucken muss... Ob ich da nicht tatsächlich... Äh... Okay. Das ist ja... Das ist ja auch nochmal das gleiche in Pink. Ach komm, du machst das schon von alleine, ne? Okay, doch. Ach, guck mal. Er baut direkt für uns ab. Sehr gut. Gut. Hm. Man könnte natürlich die Steinkohle... auch direkt auf die zweite, äh, also zu einem anderen Stützpunkt bringen, dort den Hochofen bauen und dort herstellen die mit... Hm. Wäre zumindest auch noch denkbar. Weil dadurch, dass wir jetzt hier natürlich steinen, würde ich sogar fast die besseren Werkzeuge produzieren wollen. Die können wir ja auch eigentlich produzieren, wie... Da wir fast voll sind, würde ich jetzt erstmal wieder zurückgehen. Abliefern. Huiiii, japp. So. Da sind fünf vorkommen, das müssen wir uns merken. So. Da können wir nämlich tatsächlich aus meiner Sicht unter Technologie hat man ja weiter hinten. Irgendwo hier unten. Hier. Hochwertige Metallspitzhacke. Die bauen. Und die. Und dann gucken wir doch mal nach. Die können wir doch jetzt bestimmt hier bauen. Wir könnten sogar diesen Sperr hier bauen. Uff. Okay, da fehlen uns Elektro-Drüsen. Interessant. Ähm, wo haben wir denn jetzt hier? Hochwertige Metallspitzhacke. Bauen, bitteschön. Danke. Okay. Bauen wir mal. Wir gucken kurz hinten nach. Oh, wir hatten nichts reingetan. Upsi. Ähm. So, haben wir hier noch so Jumbo-Jumbo. Jumbo-Jumbo. Nehmen wir die Jumbo-Eier hier mit. Schauen wir doch mal. Brauchen wir auch ein paar Minütchen. Ah, halbe Stunde. Okay. 40, 30. Okay. Okay. Haben wir fertig. Dichter rein. Der Honig kommt hier rein. So, dann noch hochwertige Metallachs. So, das bedeutet, wir könnten... Ja, ich muss dich leider mal verlassen. Denn du kommst dort leider, glaube ich, nicht mit rein. Mal gucken, wo wir dich hingepackt haben. Hier. Können wir nämlich dich wegpacken. Und dich. So. Was macht denn unser Speer jetzt? Ach, dich. Danke. Los, komm. Wir stellen mal den hier her. Lilly Speer. Mal schauen, was der macht. Der sollte besser sein als den, den wir haben. Mit 80. Davon gehe ich doch jetzt zumindest mal aus. Und warum haben wir den denn ausgerüstet und nicht dich? Hochwertige Metallachs. Ja. 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 Okay. Oh, die braucht. Die braucht. Gut. Dann. Ähm. Was machen wir denn dann noch? Gucken wir mal kurz. Oh. Warum packen wir erstmal hier rein? Okay. Du bist noch am Torte backen. Elf Torten waren glaube ich drinne. Gucken mal, wie viel jetzt noch drin sind. Also die Torten wären schon gegessen. Kann man sagen, was man will? Ähm. Ich hätte ja geguckt. Warte mal. Haben wir jetzt genug Metallbahn eigentlich hier? Ähm. Wir wollten noch für dich bauen. Ja. Gucken wir mal. Das wäre da. Der Sattel. Ein Sattel. Oh, kannst. Nee, du kannst nicht fliegen. Auch wenn du Flügel hast. Kannst du glaube ich nicht fliegen. Okay, da das noch dauert, gehen wir wieder los. Ähm. Dann ist das so. Guck mal, da ist nämlich auch noch einer. Ein Boss. Im Norden. Aber wir gehen erstmal nach hier. Mhm. Keine da. Die Richtung passt ungefähr. Jupp. Ah, dann erkunden. Versuchen wir jetzt mal weiter zu erkunden. Hm. Mhm. Mhm. Okay. Vulkan. Lava. Das ist Eisen. Da ist eine Truhe, die nehmen wir uns mit. Oh, was bist du? Uh. Die habe ich noch nicht. Und du gehst. Ja, und du könntest ein Problem darstellen. Was hast du für Probleme da oben? Ambrust. Bauplan. So, wo bist du hin? Okay. Okay, Flemleys brauchen wir. Mein Problem ist natürlich jetzt nur, wie viel Schaden machen wir an so einem Flemley? Nimm dir mal die Feuerarmbrust. Ach, geht. Oh, guck mal her. haben wir dich schon. Da bin ich mir nicht sicher. Bei dir bin ich mir sicher, dass wir dich noch nicht haben. Oh, wo war? Ah. Aha. Bullmark. Jetzt hatte ich nicht aufgepasst, ob wir hier Robby schon mehrfach haben. Nein. Aha. Hm. So. Die hatten wir, die Foxpuck. Einmal. Davon haben wir erst eins bekommen, das weiß ich. Sehr schön. Äh, äh. Äh. Und Nummer 2? Nummer 3 wäre das. Die kommen voran, würde ich sagen. So. Euch haben wir schon. Da brauchen wir also jetzt hier nichts. Da ist noch ein Kelpie, das könnten wir uns noch krallen. Oder wir gehen jetzt erstmal hier Kuki, Luki, Luki machen. Weil, hier muss es ja noch was geben. Geht mal von aus. Okay, sind sogar zwei... Nein, hör auf. Zwei Kelpies. Ich weiß gar nicht, ob wir von den Schunden... ...so zehn haben. Okay, Kelpies haben wir jetzt vier. Okay, davon haben wir jetzt... ...auch schon mal... ...sechs. Das ist gut. Da haben wir noch einen. Ja, schade. Nein. Auch du... Nein, da tut mir leid. Muss ausreichen. Ja. Ja. Hier können wir auf jeden Fall 10 von den Sorten voll machen Oh Ist ja auch nicht verkehrt Okay 3 Kelpies auf einmal Dann bauen wir noch 3 jetzt insgesamt Wir brauchen unbedingt neue Bälle Andere Bälle sagen wir Drücken wir es mal so aus Also wir werden jetzt wieder nach Hause gehen Wir müssen Bälle produzieren Und zwar kleinere Bälle Weil es lohnt sich hier einfach nicht Die großen Bälle zu verwenden So ein Kelpie noch Das Gute daran ist ja wirklich Dass wir dadurch jetzt Ähm Noch ein bisschen leveln Nicht viel Aber immerhin So Na komm schon Und so weit war der Weg ja gar nicht dahin Also da können wir auch ordentlich Also ich würde sogar fast sagen Wir machen die erstmal voll Die Pearls die dort sind Sortieren jetzt die neuen Pearls ein Ähm Werten sie auf erstmal Dann einsortieren Und dann Jo Sind wir eigentlich schon Recht weit Also näher weit Was ist weit Na so weit Also wir sind nicht wirklich weit gekommen Drücken wir es mal Wenn wir wirklich Ehrlich sind Sind wir nicht wirklich weit gekommen Ähm So Genau wir sortieren die jetzt mal ein hier Achso der Speer fertig Oh sehr schön Wir gucken mal 450 Autsch Der ist gut So wir hatten ein Kelpie schon einsortiert Was machst du Einfach nur Positive Gedanken Okay Wir gucken mal bei den Kelpchen Was haben wir denn dann noch Du kannst weg Du kannst weg Isolation Müssten wir mal gucken Die sind halt schon Vom Level her ein bisschen höher Ne Deswegen wäre das Angriffsstrateger Okay Könnte man ja erstmal Oder Festungskommandant Wo ist der Unterschied Festungskommandant Ah Festungskommandant Wir behalten den Festungskommandanten So Ah Rob Ah okay Die Robbys hatten wir doch schon Was sind die hier Ja gut Da können wir den 20er Robby jetzt so hoch bringen Ähm Ah So dann haben wir euch Okay da haben wir noch eins Wild Festungskommandant Welches wollten wir behalten Angriffsstrateger glaube ich Oder Festungskommandant Eins von beiden Festungskommandant Okay So Festungskommandant Und Die springen wir jetzt hoch Euch können wir schon mal einsortieren Da gucken wir mal Was haben wir da Angsthase Workaholic Hipskop Handwerk Oh die sind aber auch nicht schlecht Ne Handwerk Feuer 2 Ähm Ist halt ein Angsthase Aber Großkotz und Angsthase Was ist das denn für eine Kombo Ähm Workaholic ist halt Naja Keine Ahnung Also dann bindern ihn hier Und euch sortieren wir mal kurz ein Ähm So Und wenn mich nicht alles täuscht Brauchen wir Davon auf jeden Fall Wildscher Das ist gut Haben wir da schon welche Ja Wir können davon noch einen hochbringen Perfekt Dann müssen wir davon auf jeden Fall noch Viere sammeln dort Wir können auch mal Hier schon mal die Pearl Dinger anschmeißen Da müsste sich ja Da müsste sich ja Theoretisch ja Da meine Nachtaktiven Für zuständig fühlen Okay dann gehen wir mal kurz Hochbringen So das bedeutet Wir hatten gesagt Wir bringen dich hoch Ach du warst schon oben Oh Äh Du warst nicht oben So oben war das Äh Der hat beinah Mist gebaut Okay dann Verfassungskommandant Der Rest der Kelpis kann weg Und dich Wollte ich behalten Okay Zuordnung So Und das bedeutet Du kannst wieder Zurück Kelpie kann auch Zurück Ups Die Kelpis können alle Weg Machen wir mal so Und dich muss ich noch Zuordnen Du bist auf jeden Fall Eins der neuen Pearls So wo ist denn das Oder Pal Ja wie man auch immer Das ausdrücken will Ich sag Pearls So Wo bist du denn Hier Aha Ist in den Arkanen Künstlern des Lichts Bewandert Ist am liebsten Alles gut durch Und kann Katris nicht ausstehen Katris ist Ah Die beiden Die beiden sind Nicht grün Äh Mögliche Beute Schlaues Technik Tagebuch Oh Mal gucken Können wir da auch haben Aber hier können wir noch Leder zusätzlich haben Okay Also hinter Hinter unserem Katsch Ich einsortieren Wenn ich den jetzt so finde Ähm Ich glaub den haben wir nämlich Gar nicht einsortiert Weil Wir zwei Da von draußen haben Was kommt denn da noch Für den Pearl Also vor unserem Grashüpfer So Das Wäre ja vor ihm hier Also wäre der hier Die beiden hier Ja Okay Nachlern Wie sieht's munitionsmäßig aus Geht eigentlich ne Ach ihr habt die Bälle schon fertig Sehr schön Dann haben wir Davon noch ein paar Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Gelber Wo ist das Problem Ja 30 Kommt Und dann würde ich sagen Machen wir an der Stelle Einfach mal Feierabend für heute Wir gucken dass die Bälle dann fertig sind Und dann Gehen wir wieder los Daher Danke fürs Zusehen Und Schödelüüüü!